Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas, wo wir weitermachen. Ja, wir sind aber noch hier auf der Suche nach neuen Zielen und sind sogar schon relativ fortgeschritten auf der Karte. Also das meiste haben wir echt schon gemacht. Jetzt hier so die paar Sachen. Also wahrscheinlich dann gleich hier die Straße einfach hoch, denke ich mal. Und da ist ein Todeskrall. Nein, da sind zwei Todeskrallen. Ein Bahnhof, wo wir nicht rein können, das ist ja... wow. Warum ist die Schranke runter? Hier ist doch gar kein Zug. Das ist eine Menge Todeskrallen sogar. Ei, ei, ei. Äh. Viele Leute, die hier mit dem Koffer sind, aber das bringt denen nix, weil... Okay, links ist der NK Ranger Unterschlupf. Da gehen wir mal auch hin. Ich will überlegen, ob ich die Todeskrallen hier abschießen will. Weil... Oh... Erfahrungspunkte negativ ist dauert. Komm, machen wir das. Oh-oh. Irgendwie ist da keine. Nein. Schön. Auf offenem Gelände steigen die mich ja nicht, ne? Äh... Äh... Ach so. Natürlich. So. das verschleicht ein griff komme ich da überhaupt hin denke mal ich muss eine etage höher wahrscheinlich wie auch immer ich das anstellen werde meistens hat es bisher geklappt schade irgendwie komme ich da bestimmt nein auch nicht da auch nicht wir sind nach einer guten stelle sieht das ja aus sehr schön das ist ein träumchen ein träumchen wäre übrigens auch ein däumchen ob nach oben oder unten es ist mir ja irrelevant so da ist ein freund wahrscheinlich in rnk ranger wenn der rnk ranger und der schopf ist viel interessanter ich komme da nicht was wieso habe ich einen schlüssel wie kann ich ihnen helfen kennst du selena warum sind sie hier ich bin hier um staub zu wischen und zu schauen ob alles funktioniert so kam eben manchmal kann eine weile zwischen ranger besuchen vergehen also ist es gut wenn jemand mal nach dem rechten sieht ich bringe meistens auch munition für ranger mit denen ihre fast ausgegangen ist wenn sie welche brauchen fragen sie gern immer hier mein dienst führt mich zwar oft woanders hin aber ich versuche trotzdem jede woche mehrfach vorbeizuschauen ich könnte etwas munition brauchen sicher welche art munition hätten sie denn gern normale schusswaffen bitteschön hat die mir jetzt 7 22 lr geben das ist der hammer da ist ja richtig das ist ja so im mega geborgene rnk rüstung kann ich mich damit heilen ein hell so jagdrevolver nachladebank licht und die falsch das lasse ich nicht über mich gehen das werfe ich lieber weg ein trink und den ich kostenlos und problemes nutzen kann ich stehe aber auch so vorne angeschossen worden dann gehe ich in die schule an den trinkbrunnen sauft er erstmal eine halbe minute alles wieder super ähm hier ist nichts hier aber nicht das ist ja der hammer der ort hier okay äh haben wir das alles durch wie ich jagdrevolver die karamanschrotwinter geht mit der trapperbüchse äh panzergewehr kann ich reparieren mit das mache ich nicht okay weiter äh ein kontostopf ich finde das schön wenn da so mit gar keine ladezeiten sind das finde ich immer mega geil also das ist ja schon eine geringe ladezeit aber wenn da so gar keine sind ist immer noch besser okay äh wir machen in dieser folge diese drei fünf punkte öffentlich kommen wir davon weg überhaupt hin ich habe radioaktivität äh eldorado umspannwerk ist in diese richtung äh das ist übrigens ein wichtiger ort für die festreihe jetzt nicht für unsere da brauchen wir das nämlich tatsächlich nicht aber ich glaube wenn wir jeder äh jeder andere die wir genommen hätten hätten wir das gebraucht meine ich das eldorado umspannwerk das sehr nah wie ich gerade merke an novek und dem kraftwerk ist wirklich da nicht schon mal früh angegangen das hätte ich doch von da aussehen ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht äh weiter weiter schön 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 was haben wir denn hier im müllcontainer natürlich mir sieht ja gerade keiner ne hey wow oh 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 irgendwas mit kontrol raum mit abspüren gesagt man darf dann nämlich irgendwie nicht hin und ja ich sag einfach mal okay da ist nämlich nichts drin da muss man nämlich hin wenn man die quest reihe des jahrsages nimmt und wenn man die quest reihe der legion nimmt von von dr dr haus mr haus dann auch ich glaube legion kommt da gar nicht hin oder doch ich bin mir echt nicht sicher kann auch sein dass die legion da auch hinkommt habe ich halt noch nie gemacht die leech quest reihe ich habe die jahrsager die rnk und die mister haus reihe gemacht weil ich die mister haus reihe geil fand aber die hat nicht zu meinen bedürfnissen gepasst ich trinke mir mal ein dann geht's los wieder ein paar freunde natürlich mein freund natürlich auf jeden fall wow flammenwerfer so aua das ist ein flammenpatronenwerfer der ist halt schon besser aber ich habe das gewicht dafür nicht ich heile mich mal kurz es sind hier eine prospektoren hallo ich bin bei den stimpaks angelangt es sei denn natürlich das mache ich nämlich zuerst bevor ich aufgebe quasi und stimpaks nehme 137 wenn ich das mal 50 rechne das sind eigentlich 137 knapp 7000 hp die ich damit heilen kann das sind 20 tode die verhindern kann komplett da kann ich nicht hin glaube ich wenn ich da echt nicht hin kann dann ignoriere ich den punkt ausnahmsweise mal so und wieder giftdrüsen die ich mitnehmen kann aber noch versuche ich es noch sieht das so aus als könnte ich einen kleinen gang da rein ok ja natürlich er hat diesen gang gehört dieses geräusch der klang beunruhigend als käme nämlich irgendwas von oben eine bombe oder so ich habe ja keine ahnung schön ich verstehe was veronika da echt so toll daran findet an diesen nahkampf offen ok ich kann da drin anscheinend warte wie heißt das ding skorpion gautsch ja gut das könnte vielleicht sein dass da die der hauptort der skorpione ist das hatten wir nämlich noch nicht bisher wenn ich mich recht entsinne na reden die skorpione naja die sind nicht das problem jetzt dame gucken äh äh das ist der geräusche äh was ist hier da habe ich mich erschrocken ich bin vergiftet das ist es hei bevor ich überhaupt was machen kann hat veronika die erstmal alle besiegt vero ich kenne ja ne vero persönlich ne nette damen fröhliche damen siehste oh gott ich bin vergiftet wieder mal ich nehme mal doch lieber die waffe in die hand weil das mit dem gift ist natürlich ich hatte schiff aktiviert und schifter ist man geht langsam ne sind ja kommen sie aus diesen leck ich hoffe das war es so was ist da hinten eine milliarde dinger von denen auch nicht ganz äh äh panzerbrechend so äh näh peng peng der rechten wacht sieh einfach rauf minus 2 oh das war knapp äh wo ist denn der andere skorpion ne ne die hängen so ineinander als hätten die was miteinander zu tun wieder nix sieht halt so gar nicht nach gewitter aus das ist das problem hier ist halt echt äh nichts außer ein paar skorpione an einem ort sehr wow der hammer okay perfekt nein nicht gut ich glaube ich bin wieder vergiftet äh 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 so so ist ich ein rindenskorpion ein rindenskorpion hallo ein rindenskorpion ich bin bedroht meine fräse unfassbar machen die einfach nix sagen ja ist heute 24 200 hp ich will nur wissen was dahinter ist was diese roten punkte sind und dann können wir auch woanders hin aber ich glaube hier ist ja dieser ort wo wir die hier ist der radioaktive versuchte ort natürlich warte nein 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 das heißt ruhe schwitze das nächste mal mit zielen dann ist auch mehr so bootiert zentau na perfekt schön 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 normaler zentauro die ersten größeren gegner die man ja in follow 3 sie denke ich mir immer im normalfall ich will den kopf treffen eigentlich wo habe ich noch nicht getötet wo ist böse tötet da ist der hammer ja Eeeeeehhhhh Infe...